hallo liebe zuschauer willkommen auf meinem kanal die welt klar sehen heute möchte ich mal ein thema ansprechen das eigentlich schon vor ein paar monaten nämlich im mai juni juli gelaufen ist so dass aber irgendwie bis heute nach meiner meinung in der öffentlichkeit gar nicht bekannt war und in anderen informierten kreisen zumindest soweit ich da kontakt habe war mir das auch bis vor kurzem nicht bekannt aber ich finde es irgendwie dieses thema doch interessant genug dass man da zumindest mal darauf hinweist und es nicht einfach im sande verlaufen lässt so worum geht es konkret und zwar geht es darum dass eine kölner kanzlei die spezialisiert ist auf verbraucherschutz also das leben wir hier oben der abgasskandal corona kanteine kredit widerruf wo die gibt es seit einigen jahren und das ist also ein anwaltsteam von zwei anwälten die haben noch 19 angestellte anwälte also sprich zwei in der sozietät und die haben eine strafanzeige eingereicht worum es genau geht werde ich dann kurz nachher noch schildern und zwar an wen haben sie die eingereicht nämlich an den general bundesanwalt beim bundesverfassungsgericht so und der hat knapp drei wochen dazu benötigt um da eine antwort zu verfassen und ich möchte also die wichtigsten sachen aus der strafanzeige und der antwort des general bundesanwaltes gleich mal kurz ansprechen bis gleich klar sehen clever denken bei handeln ja also die kanzlei roger den ulbrich hat also an den general bundesanwalt geschrieben an den dr peter frank und eine strafanzeige und strafantrag im biontech komplex also es geht offensichtlich auch um das um die bekannte arzneimittel herstellungsfirma und komplex ja das hört sich ja eben kompliziert an dann geht es offensichtlich noch um ein bisschen mehr als nur um die firma und bild eben gemäß paragraf 120 gerichtsverfassungsgesetz eben diesen bundes general bundesanwalt am bundesgerichtshof für die zuständige stelle an die eine solche strafanzeige zu richten ist der anzeigenerstatter ist einer der beiden kanzleianwälte der inhaber nämlich der rechtsanwalt tobias ulbrich und er erklärt eben dass es zu seinen pflichten gegenüber seinen mandanten gehört diese eben zu schützen und natürlich auch auf fehlentscheidungen durch gerichte und behörden zu bewahren und gegen verfassungswidrige beeinträchtigungen und staatlich macht staatliche macht überschreitung zu sichern so als nächstes erklärt er was denn eigentlich so sein anlass war so nämlich dass er ja ein bauunternehmer auf seinem grundstück hatte und der fiel drei wochen aus so und als er dann wieder da war erklärte er äh er und seine frau hätten sich beide mit bayern tortec impfen lassen so und die frau sei dann aber verstorben und drei kleine kinder von denen noch zwei im vorschulalter sind sie sind jetzt mit ihm verwitwet sozusagen so und dann hat noch der ehemann einer nichte der ehefrau die liegt bis heute noch im krankenhaus in santo domingo und der kämpfte um sein leben naja und das hat also nun den rechtsanwalt dazu gebracht der sache mal nachzugehen und er hat dann wohl angefangen bei der europäischen datenbank für die zulassungsbehörde mal nachzuschauen ja was das bisherige ergebnis nach der impfung sei so und dann stellt er ich will das jetzt gar nicht im detail darstellen dann listet er eben auf was dort die festgestellt haben ja und das war aber schon eine tabelle die mit nicht mehr ganz aktuell ist und deswegen vermutet er jetzt dass da noch viel mehr ist an impfschäden und jetzt fängt er an zu argumentieren und die argumentation die geht also schon ein weilchen wobei das hier erstmal noch weiß noch mal die vor argumentation ist so und letztendlich ist das nur die einleitung so denn was will er tatsächlich machen er will jetzt in 54 seiten ja das tat vor geschehen erläutern nämlich wie es zur corona pandemie kam offensichtlich durch irgendwelche sachen die corona planspiele genannt werden wer welche interessen dort hat dann redet er von der befeuerung der pandemie durch die einführung von allein maßgeblichen willkürlich festgelegten inzidenzzahlen will noch ein sachverständigengutachten zum pcr test beifügen und noch erklären dass die inzidenz in eigenkreation herbeigeführt wurde so und dann geht es um das tathauptgeschehen und jetzt wird es natürlich spannend völkermord versuchter völkermord straftaten gegen strafvorschriften gegen biologische und chemische waffen verletzt hochverrat gegen den bund vorbereitung eines hochverräterischen unternehmens das ist jetzt das längste kapitel ja und dann geht das also wenn man genau guckt bis seite 194 das heißt wir haben jetzt hier eine strafanzeige mit begründung die ist 194 seiten lang ich lese die jetzt nicht vor und analysiere die auch nicht das ist nicht meine absicht hier sondern ich möchte auf eine für mich interessante diskrepanz verweisen denn wenn man sich dann anschaut ja was jetzt daraus passierte dann war es nämlich die antwort des bundesstaatsanwaltes und der bundesstaatsanwalt der hat relativ schnell geantwortet nämlich schon innerhalb von drei wochen denn am 10 juli 21 wurde ja die anzeige eingereicht und quasi 26 tage danach oder dreieinhalb wochen danach ist dann eben schon die antwort gekommen so anders als jetzt aber die strafanzeige die ich rein textlich gesehen wenn man von anschreiben absolut 193 seiten lang ist hat sich der general bundesanwalt vielleicht auch erwartungsgemäß relativ kurz gefasst also sein ganzes schreiben ist mit allen mit anschreiben und lehrstellen auf der letzten seite ja vier seiten lang kann ich sag mal so textlich etwa zweieinhalb seiten so und dann schreibt er eben dass alles eingegangen ist und interessant ist eben wie jetzt die beurteilung des general bundesanwaltes ist nämlich die argumentation heißt zureichende tatsächliche anhaltspunkte für die in die verfolgungszuständigkeit des general bundesanwalts beim bundesgerichtshof fallende straftaten haben sich aus ihren ausführungen einschließlich der beigefügten dokumente und verweise nicht ergeben so und das wird dann jetzt noch auf zwei seiten jetzt weiter ausgeführt und da möchte ich auch gar nicht im detail drauf eingehen sondern im grunde genommen muss man sagen hat also diese 194 seitige argumentation des klagenden oder anzeigestellenden anwalts beim general bundesanwalt keinen eindruck hinterlassen sondern er hat das in aller ich sag mal eleganz mit wenigen absätzen von sich gewiesen hat gesagt reicht nicht aus um fein anfangstatverdacht und das fand ich jetzt interessant ich meine ich erwarte jetzt nicht ich bin ja kein strafrechtler ich erwarte jetzt nicht dass das der oberste staatsanwalt in deutschland dass der jetzt auf 194 seiten anzeige eingeht das nicht so aber dass überhaupt gar kein anfangsverdacht sich noch nichtmals eine ein hinreichenden anlass der sache nachzugehen das finde ich bemerkenswert denn mir ist bekannt dass also doch so einige anwälte ja strafrechtsanwälte als auch mehr verfassungs anwälte durchaus der meinung sind dass das der sache nachgegeben gegangen werden könnte zumindest wurden doch schon mal im laufe der letzten anderthalb jahre diverse kritiken kund getan insbesondere auch seitdem es konkret mit der impfung der sogenannten los ging das heißt hier möchte ich nur darauf hinweisen dass das erstaunlich ist und dass auch niemand darüber berichtet hat also kann man sich natürlich die frage stellen dagegen wen hat sich denn eigentlich die strafanzeige genau gerichtet wer sollte denn bestraft werden ja und diese frage die wird beantwortet im dann haben wir geschäftsführerin von knauer herstellerin von maschinen zur produktion der lipid partikel dann den vorstandsvorsitzenden novartis ag von der novartis noch verschiedene andere leute dann noch weitere die mit der firma und mittelprozesse forschungsfirmen im innenland und dem ausland und gucken wir mal hier und dann nummer acht bis nummer zwölf sind ja fünf personen von biontech unter anderem der chefprofessor dr urges sein ja und noch weitere dabei so dann der derma farm ag so auch mit vier personen betroffen dann noch weitere die mit der firma und mittelprozesse bar zu tun haben und wenn wir mal hier schauen jetzt habe ich ein bisschen zu schnell geblättert weitere onkologen dann drei personen vier fünf personen die von sanofi aventis in deutschland sind und nummer 25 und wird es aber interessant hier der präsident des paul ehrlich instituts professor dr chichutec ja und der vizepräsident vom selben institut also von unserer nationalen arzneimittelbehörde da aus diesem amt noch weitere abteilungsleiter drei stück insgesamt vier sogar dann ein vertreter der europäischen arzneimittelbehörde im europäischen parlament matthias krote dann den präsident des bundesinstituts für arzneimittel und medizinprodukte vertreter der emma in deutschland karl bräuch also die kriegen auch gleich was ab noch ein dritter ist noch dabei frau emma kuck aus amsterdam die präsidentin direkt und dann in deutschland noch drei weitere personen bundesminister jens spahn für die gesundheit an prof. dr lothar wieler und professoren dr christian drosten beide im robert koch institut und noch bill und melinda gates und noch andere ja und zu den noch anderen wie hier dann vielleicht später noch namentlich benannt werden können treten noch alle nicht aufklärenden impfärzten den impfzentren die den impfstoff ohne hinweis auf den zulassungsstatus und die impffolgen verabreichen die dem unterzeichner unbekannt sind so warum wegen völkermordes versuchten völkermord verstoß gegen paragraf 20 kriegswaffen ich glaube gesetz sowie hochverrats gegen den bund ja also wenn man diese liste der verdächtigen sieht die nach ansicht der anwaltskanzlei ein strafverfolgungsverfahren bekommen sollten dann verstehe ich schon warum das juristisch eine schwierige und pikante angelegenheit ist so es ist ja im grunde genommen alles was rank und namen hat wird jetzt unter die straftat verdacht gestellt von seiten des klägers so und dass der general bundesstaatsanwalt in der jetzt darauf eingehen würde dann würde ja hier ich sag jetzt mal so die kacke am dampfen sein nicht so also insofern kann ich schon verstehen dass man nicht ohne triftigen grund ja als general bundesanwalt dort tätig wird andererseits auf 194 seiten argumentation hat sich kein triftiger grund gefunden nicht einer das heißt also dass dieser fachanwalt der eine mittelgroße kanzlei hat mit insgesamt 21 anwälten das ist also ein solcher idiot dass der 194 seiten schreibt und alles ist blödsinn kann natürlich sein denn er ist ja verbraucherschützer und nicht staats kein strafrechtler aber ich vermute mal dass jemand der eine so große kanzlei hat eigentlich schon weiß was er tut so wie dem auch sei der general bundesanwalt hat natürlich seine gründe und die hat er ja auch dargelegt nämlich alles ist nix so und da er der vertreter des staates ist muss das ja die wahrheit sein es muss ja korrekt sein so für mich persönlich stellt sich die frage was aber wenn nicht was würde das bedeuten ja darüber können sie selber nachdenken ob das eine option ist den vorgang zu interpretieren oder nicht auf jeden fall können sie um ihre meinung sich zu wirken schauen sie mal unten in die box rein da habe ich die links hingelegt zu meinem telegram kanal wo sie dieses video finden falls es bei youtube gelöscht werden sollte aber auch dann beide texte als pdf zum download bilden sie sich einfach ihre meinung und fragen sie sich so wie ich war das so korrekt dass man davon nichts gehört hat in der öffentlichkeit wäre das nicht ein thema worüber man mal öffentlich diskutieren könnte und müsste in einer freien demokratischen republik ich bedanke mich dass sie zugehört haben bis zum nächsten mal klar sehen clever denken drei handeln ja 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 ja